weiter geht es auch ohne ein bisschen aufzuhören aber hier ist auch irgendwie nichts das hat sich ja gelohnt hier reinzugehen ja ok wir haben immerhin Eisen gefunden welche Höhe sind wir? 41 das ist ja noch echt niedrig aber es ist ja echt schon cool noch ein und toll egal so noch Eisen wie viel Eisen haben wir eigentlich? mal eben 28 jetzt möchte ich hier runter ok ok Leute ich gehe hier mit Skill runter oh der war echt der war nicht schlecht ok mehr Eisen oh mein Gott Spille ein ich mag kein Wasser so scheiße jetzt läuft es ab oh nee nicht Innen Dragon ich bin Unser die habe die Auf Lecter die die oder saft da inci Oh, sei da. Okay. Boah, das sieht ja aber echt cool aus. Das müssen wir in Minecraft letzten. Oh Gott, da habe ich mich erschrocken. Mein Gott, ey. Das habe ich nicht gemerkt, aber ich habe mich übelst erschrocken. Ja, lass mich in Frieden. Dann wir jetzt locken, chunk, glaube ich. Ich will mal was essen, obwohl wir wollen. Ich werde jetzt einmal runtergehen und den gesendet zu töten. Oh Gott. Ich werde mir hier mal keine Base errichten. Ähm, Eisenbrutzeln. Und da ist auch schon... Ja, da ist auch schon das. Ich würde mal gerne... Oh, mehr Eisen. Ich werde jetzt nicht das alles erkunden, weil mein Eisen und meine Kohle ist weg. Ich werde erst mal warten. So. Und dann noch... Ähm... Hm, 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 hm. Oh, das ist so neblig. So. So. Eisenspitzhacke. Gold. So. Okay, ich glaube... Okay, ich glaube... Ähm... Ich lasse das noch... ...zu Ende prozählen. Aber dann gehe ich auch. Und... Ähm... Äh? Die baue ich mal ab. Oh, das dauert aber noch lange. Ich guck mal da unten. Hier haben wir aber Redstone. Das baue ich auch mal. Man weiß nie wozu es gut ist. Okay, Moment. So... Oh, so viel Redstone. Bäh, bäh. So... Okay, ähm... So. Den nehme ich auch mal wieder mit. Wir wollen ja nichts links liegen lassen. Oh. Eisen. Oh, wir haben immer noch kein Haus. Egal, sobald ich rauskomme, werde ich mir ein Haus bauen. Und wenn ich jetzt hier sterbe, wäre das sehr tragisch. Ähm... 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 Okay, wie viel Cola? Elf. So... Dip, 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 dip. Ich weiß nicht welches Texturenpack ich nehmen soll. Ich werde mal überlegen. Später mal. Nicht jetzt. Ähm... Hahaha... Okay. Wo geht's hier weg? Da. Da war auch noch was, ne? Da war noch Eisen und Kohle. Da war noch Eisen und Kohle. Lafes, Lazzuli und Gold. Nein. Tschu! 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 Ich dachte, was brennt. 3 Lukas und Bild Schuss ich hab grad irgendwie Und hier ist irgendwo ein Skelett. Das ist hier aber was. Aber es ist ein sehr großer Anten oder eine sehr große Höhle. Und ein du böses Skelett. Mann. Und mehr Gold. Ich mag Gold. Ist aber sehr goldig. Ha. Wie witzig ich doch heute bin. Ähm. Da ist nichts. Nein. Da ist auch nichts. Ein bisschen mehr Dreck. Ähm. Ich wollte da nichts. Und. Was ist denn das? Warum bauen wir so viele Löcher an den Boden? Oh Gott. Hier sind's. Creeper. Man sieht ja nicht mal die Dinger. Also. Geh ich auf Risiko. Eisen. 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 Ich hab ein bisschen Angst. Hallo. Da ist er ja. Come on. Warte hin. Okay. Der ist tot. Danke Lava. Ähm. Wie tief sind wir hier eigentlich? Höhe 14. Das heißt es könnte hier theoretisch Diamanten geben. Ähm. Scheiße. Und ich möchte bitte. Och manno. Höhe. Höhe. Diamanten. Slime. 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 Und Diamanten. Nein. 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 Aggressionen. Oh. So eine Kacke. Wo ist das Slime? Mann. Jetzt ist der Diamant weg. Okay. Was brauche ich nicht? Das brauche ich nicht. Das brauche ich nicht. Mann ey. So eine Scheiße. Oh Mann. Das ist richtig kacke. Ich lasse jetzt meinen Frust an. Das Skelett ist schon tot. Oh Mann. Und das Slime soll man ihn nerven. Da ist er ja. Scheiße ey. Ich lasse jetzt meinen Frust an ihm aus. Stirb. So. Danke. Oh Mann ey. Ich hasse sowas. Da hatte ich gerade einen Diamanten gefunden. Und dann. Äh. Aggressionen. Oh. Die kleinen Scheiße. Ich hab gerade ein bisschen Frust Leute. Entschuldigt mich. Für diese Ausdrucksweise. Toll. Ich hab gerade einen neuen Diamanten. Ich hab gerade einen Blumen. Ich hab gerade einen association. Und dann. Ich hab hier ein bisschen Frust. Oh Mann. so eine Kacke immer passiert in so was und hieß hießen natürlich ist es aber nicht so cool wie die Rappen n ich glaube ich werde es mal die Partie aufbinden naja wir sehen uns dann das nächste Mal wieder macht gut Leute und